Bei diesem Teamspiel müssen die beiden Spieler mit zwei zwischen ihnen parallel gespannten Schnüren Nägel anheben, über die Spielfläche transportieren und in einen Becher fallen lassen. Es müssen fünf Nägel im Zielbecher landen. Schaffen das die Kandidaten nicht in 60 Sekunden oder missachten die Regeln, verlieren sie ein Leben. Jetzt gehen die Kandidaten nicht ein fervor. Dich kann das so groß. Dann gehen die Kandidaten nicht in 60 Sekunden und bei der Kandidaten nicht in 80 Sekunden werden ... Dann gehen sie an, gehen sie an, gehen sie ab.